Moin YouTube und herzlich Willkommen, MoiraPredCommunity Ja, heute ist PredMika für euch am Start Ähm, im Hintergrund seht ihr noch ein bisschen GTA vom ersten Überfall Da hat ein Remix das vergessen und aufzunehmen Ähm, ja, also das wollte ich mir nur noch im Hintergrund zeigen, weil das halt vergessen hat Ähm, ja, heute eine neue Stimme für euch am Start Ähm, ich bin PredXMika Ja, ich hatte hier mal ein Video hochgeladen, aber es hat mir wieder runtergenommen Nachdem wir dieses eine Video, dieses 1-W2-Video hatten von Jynesty Wo uns sehr viele gedisliked haben und so weiter Ähm, obwohl wir einfach nur eine einfache Nuke erspielt haben Ähm, ja, das nur dazu Nämlich wollte ich also heute so ein paar Themen ansprechen Wir können da einem, unter anderem Also wir haben unter den GTA-Videos ja relativ wenig Aufrufe Wollte einfach nur fragen, woran das liegt, ob euch das nicht gefällt Ähm, einfach mal in die Kommentare schreiben Was ihr sehen wollt Und, ja, was euch gefällt oder beziehungsweise was euch nicht gefällt Was wir vielleicht besser machen können Darüber würden wir uns sehr freuen, dass wir einfach mal ein paar Anregungen haben Wie wir weitermachen können und so weiter Ähm, weil... Wir wollen ja auch weiterkommen Also Tesco hat uns halt extrem geholfen Auch danke für die ganzen netten Nachrichten Dass ihr ja durch Tesco auf uns gekommen seid Und uns auch ganz gut findet Und sowas freut uns natürlich extrem und motiviert uns auch Weil früher haben wir ja kaum ein Video gebracht und so weiter Weil wenn man keine Kommentare bekommt, keine Nachrichten und so weiter Keine Rückmeldung macht das einfach keinen Spaß Und jetzt hat man ja schon so eine Zahl An Abonnenten, für die man das macht Und ja, ein paar Aufrufe, Likes, Kommentare und so weiter Haben wir ja schon Ich glaube, wir haben jetzt 470 Abonnenten oder so Die 500 knacken wir noch Und jetzt gucken wir mal, wie es so weitergeht Äh, was wir noch so gedacht haben ist Vielleicht wollen wir mal eine Open Lobby machen Wir brauchen halt genug Leute Also wenn ihr das auch haben wollt Dann schreibt es auch einfach in die Kommentare Und dann gucken wir einfach mal, wann wir das machen können Ähm, ja, ich sag noch mal ein bisschen was hier zu mir So, also wie wir ja schon gesagt haben Wir sind alle in Hamburg Außer ich, ich bin ja der Typ vom Kuhdorf Nein, also ich kenne nicht halt alle Vor allem den Remix Äh, weil ich auch früher in Hamburg gewohnt habe Und da ist mich halt um meinen Eltern aus Kuhdorf gezogen Ja, nach Niedersachsen rein In der Nähe von Hamburg Also ich bin auch immer fast jedes Wochenende in Hamburg Bei den Leuten Und ja Ähm, dann gibt es noch Der PredFurious Und der hat einen neuen Xbox Live Account Also, ihr könnt uns auch adden Unter, unter uns Bei YouTube könnt ihr alle unsere Gamertags sehen Da werde ich auch nochmal den neuen von Furious reinschreiben Ähm, ansonsten zeige ich den hier mal kurz Einen Moment Der heißt ZebraVogel1518 Ähm, ja, er hatte ein paar Probleme mit seinem alten Account Passwort war gestern und so weiter und so fort Und hatte ein bisschen Stress mit Microsoft Ähm, ja Und dann kann ich noch sagen zum Gameplay Einmal noch Das ist diesmal von mir das Spiel Also wir haben alle das Spiel Ähm, ja, weil er es halt vergessen hat Auch alles aufzunehmen Selber aufgenommen Ähm, ich weiß es noch ehrlich gesagt nicht, ob ich es noch rausschneiden werde Und ich habe einmal gefehlt Ähm, diese, das Trinkgas um reinzuschmeißen Muss mal gucken Wie lang jetzt hier kommentiert und ob ich es dann rausschneide oder nicht Und vergesse ich ganz schön sowieso, weil ich eh jeden Scheiß vergesse Ähm, genau Und dann werdet ihr das Video Das kommentiere ich jetzt hier am Mittwoch, den 25. September Und gesehen, wann ihr das so sehen werdet Was denn überhaupt noch alles auf den Remakes macht der GTA und so weiter Ähm, und ich weiß gar nicht, ob er jetzt sowieso die wichtigen Sachen hochlädt Ich meine, das dauert extrem lange, dass man alles mögliche durch hat Oder ob er dann wirklich alles alleine durchzieht Ähm, und ich will ja jetzt hier nicht spoilern, was da noch alles so ist Nicht, dass es so, auch noch nicht so weit seiten, wie ihr euch hier alles vorwegnehmen Ist ja auch doof, macht keinen Spaß Ähm, also wir haben das Spiel alle schon durch So lange dauert es dann nun doch nicht Also nur wenn man es halt aufnimmt oder so Wenn man ein bisschen dann durchzockt, dann passt das alles Wir müssen Zocker machen und so weiter Ihr wisst Bescheid Ihr wisst, wie es läuft Ähm, ja, dann wollte ich noch sagen Ähm, zu mir noch weitere Sachen Nämlich, was ich noch so machen werde Oder sonst wie was Ich hab momentan mir eigentlich nichts vorgenommen, was ich so machen werde Bin einfach mal gespannt, was ihr so sagt Was wir hier machen sollen Äh, ja, daran wird es dann denke ich mal liegen Also, FIFA macht er da famous Ähm, GTA wird vom Remakes und von Furious gemacht Chronix macht Gameplays Und keine Ahnung noch kommentieren will Und ich kommentiere sonst einfach Ein paar Gameplays, wenn ich welche habe Ähm, genau dazu würde mich auch noch interessieren, was so euer Gameplay-Start ist Eigentlich haben wir bisher immer nur gute hochgeladen, ohne commentary und so weiter Und was sie ja so gut finden Also wir haben natürlich Nuklear und so weiter Aber ich glaube, unser Anspruch ist ziemlich hoch Das würde mich einfach mal interessieren, was ihr so anschauen würdet Ähm, ja, das könnt ihr alles, alles schön in die Kommentare schreiben Werde richtig schön viele Kommentare in diesem Video sehen und wisst Bescheid, wie es läuft Ähm, ja, was kann man denn noch so ansprechen Äh, wir haben bald Herbstserien Ein paar Relief-Sachen hier und so Da wird nochmal richtig durchgezockt Heute ist FIFA 14 ausgekommen Ähm, ich hab's mir noch nicht geholt Muss mal gucken, erstmal wie GTA Online wird Also es kommt am 1. Oktober raus Ähm, ich glaube, da kann man mit 18 Leuten oder so auf einen Map gehen Da mit Crews und so weiter Ich denke mal, wenn wir die 18 Leute nicht selber so zusammen kriegen Dann werden wir nochmal ein Video zu machen Dann können auch ein paar Leute von euch, die regelmäßig GTA spielen Zu uns in die Welt reinkommen Ähm, das werden wir dann aber nochmal weitergucken Dazu werden wir dann nochmal ein bisschen was sagen Ähm, mhm, 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 mhm Ja, genau, FIFA 14 war ich Ähm, mal gucken, wie es wird, also wir spielen eigentlich mal Pro Club Ähm, deswegen fällt mir das auch noch holen Ich meine, ich kann ja nicht, ich weiß ja nicht, was soll ich mir Pro Club mit den Jungs zu spielen Ähm, ja Das ist eigentlich mal aber auch der Hauptgrund, weshalb ich dem Ultimate Team Hab die letzten Jahre voll viel Geld reingesteckt, hab ich keinen Bock mehr drauf Ich brauch das Geld für andere Sachen Ähm, ja Das war's glaube ich auch relativ schon So, dann suche ich mir jetzt einfach mal ein Thema oder so raus Nämlich, ähm, was halten die eigentlich von dem ganzen Gepusche Wie man die ganzen, ähm, ganzen, ganzen Spiele pusht Also ich meine, GTA, es wurde halt Übertriebenst heftig gepusht Alle sind voll ausgerastet Und bevor das Spiel überhaupt draußen war Obwohl sie überhaupt wussten Was passiert und so weiter Hm, ich meine, GTA, also Es hat sich auch gelohnt zu pushen und so weiter Hat man allein schon daran gesehen, dass sie in den ersten, ich glaub drei Tagen Irgendwie eine Million Dollar Umsatz gemacht Äh, eine Million Eine Million? Eine Milliarde? Ach, keine Ahnung Äh, ähm, so viel Umsatz gemacht haben, ne? Ähm, und Zum Beispiel jetzt Ghost oder so Also, naja Den Trailer Da hab ich mir im Live-Film angeguckt Fand ich richtig scheiße Fand ich richtig, richtig scheiße Ich weiß auch gar nicht, was mir holen will Also ich weiß Kommt halt drauf an Wegen neuen Konsole und so weiter Fahre ich auch erstmal ein bisschen Weihnachten ab Ähm, guck dann weiter Wie es ist mit neuen Konsole PS4, Xbox One hole Ähm Ja, und dann, denk ich mir, hol ich mir auch S-Ghost Weil mein Black Ops 2 ist Es gibt so Scheißspiel auf Erden Es gibt kein schlimmeres Spiel als das Das haben die richtig verschissen Also ne, okay, das Spiel ist ganz in Ordnung Ähm, das Spieltempo mach ich halt extrem gerne So viele Kills und so, naja, Zeit schaffen kann Hm, aber die Spieler versauen ist einfach Die ganze Connection Scheiße Von wegen, wer die bessere Connection hat Ist auch besser Ja, das geht mir dann richtig auf den Sack Ähm, ja Und ich mein, MW3 oder so Das war auch, weil das rausgekommen ist Wurde es auch heftig gepusht Und so weiter Auf einmal macht es auch das Penance das Spiel auf Erden Und auf einmal macht es wieder Spaß Wenn dann die ganzen Spiele zu Black Ops 2 gewechselt sind Auf einmal macht es wieder Spaß das Spiel Ja, mal sehen, was für Black Ops 2 auch so wird Ich hoffe es mal, aber eigentlich, eigentlich das Spiel ganz nice Aber man kann es momentan einfach nur nicht spielen Weil die Spieler machen es einfach so kaputt Ich meine auch die Maps und die ganz nice Also, wenn ich dann, wenn wir drei überlegen, was sind denn, was für geile Maps Äh, was habe ich gerne gespielt? Ich meine, guck mal bitte After Ja, schon mal so ein Blick aufs 2 Wer ist das da? Diese Underground, nicht Underground, sondern So ein Down-Turn oder Downtown oder so Guck mal bitte die Scheiße an Das will auch keiner mehr spielen Mischen wir ganz in Ordnung Dome, naja, alle kleinen Maps sind ganz in Ordnung Mein Resistance ist noch ganz in Ordnung Also, so gute Maps wollen wir jetzt auch nicht Ich meine, Black Ops 2 schon ganz gute Maps rausgehen Ich liebe Meltdown, ich liebe Raid Die sind alle übelst nice in Maps Ich hasste eigentlich keine außer auf der Math Aber dann greifst bei MW3 auch Carbono oder so Wollte auch kein Mensch spielen Naja Dann, wenn wir mal sehen, wie Ghost so wird Also, die Maps, die ich bisher im Trailer gesehen war, alles scheiße Gefühl, dass man nach einer Kugel gestorben oder so Bisschen wie Hardcore wäre Nee, fährst du sofort um Und dann ist ganz schlimm so Von wegen, gute Leitung Also, kann sie gar nicht mehr gekillt werden So kommt es mir ja montan rüber Obwohl, wenn es einen Server gibt Ach, keine Ahnung, wie das dann wird Hoffe ich mal Das ist alles gut Ich glaube, es gibt einen Server Wenn ich es alles richtig gelesen habe Hm Ja Mal gucken, wie das alles wird Ich hab Ich stelle mir keinen Zonen Erwartung Da kann es nicht zu schlecht laufen Ja Sehen wir dann weiter, ne Ja, ich denke mal, das war's Jetzt von mir Lasst mal bitte den Kommentar da Wenn ihr es Also, was ihr sehen wollt Und so weiter und so fort Alles, was ich angesprochen hatte Und ja Haut rein Ah, shit Ich sollte mich für einen besseren Gunmann Was ist das, was er zu tun hat? Was ist das, was er ausgesprochen hat? Das ist das, was er ausgesprochen hat All right F, komm mal, komm Los geht in Los geht in Lester ist wundern Lester ist wundern für uns in der Lacka Hier ist Black Strobe Ein Gruppe Elektro-Class aus Paris DJ George Und ja, ich weiß Was ist das, was er ausgesprochen hat? Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 All right, people, we need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dawg. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on, we'll celebrate, all right? All right. Okay. Huh? Mm-hmm. Oh, man. We're back in action.